Ein Spektakel, würde ich sagen. Also mit dem Aufmarsch hätte ich auch nicht gerechnet, gerade bei dem doch etwas bescheidenen Wetter. Aber die Aktion, die Sticker Stars Aktion, ist hervorragend angenommen worden. Ich bin hoch zufrieden und man sieht es ja auch in den Gesichtern der vielen Mitglieder der Kinder, selbst der Erwachsenen, die begeistert sind, schon nach wenigen Minuten vom Sammelfieber gepackt worden sind. Eine ganze Menge kann es auf jeden Fall dem Verein geben. Wir sehen es ja hier. Wir haben ganz viele Mannschaften hier vor Ort von jung bis alt. Wir haben bei dem ganzen Stickerheft Spieler von der G-Jung bis zur U50 dabei und das ist natürlich eine Riesensache für den Verein, so in der Zusammengehörigkeit und da ist es glaube ich ein enormer Wert, da alle sich im Verein mal gegenseitig kennenlernen und sich dann auch selbst als Bild sehen und den Namen dann auch dazu haben. Ich hatte von einem anderen Verein in Berlin erfahren, von Borussia Pankow, die auch dieses Projekt schon mal umgesetzt hatten und das hat mich neugierig gemacht und ich dachte, das ist eigentlich eine super Sache, um im Verein auch so ein bisschen wieder den Kontakt zwischen Jung und Alt herstellen zu können und das ist ein super Projekt und daraus ist die Idee dann geboren. Ich hatte mich dann an Sticker-Stars gewandt und ja schon im ersten Gespräch ist man da guter Dinge gewesen, da was auf die Beine stellen zu können und dann lief das organisatorisch wirklich sehr gut, muss ich sagen, von beiden Seiten, sowohl von Sticker-Stars als auch von Vereinsseite. Also ich bin vollkommen überwältigt über den Andrang, wie viele Leute da gekommen sind, wie viele Politiker auch da mitgekommen sind, Regionalpolitiker aus Berlin hier so alles, Vereinsmitglieder, die Kleinen, die Großen, das erste, ja, der Abverkauf von den Sticker-Heften ist gigantisch, es ist fast alles schon gleich weg, wir müssen gleich nachordern, also sieht sehr, sehr gut aus. Leute aus der U40, aus der U50, die tauschen mit den Kindern ihre Bilder, kommunizieren und ich glaube, das ist ein super Startschuss, da dann auch uns als Verein, als Gemeinschaft weiterzuentwickeln. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.